Letzte Woche war ich an einem Seminar. Und wie das an solchen Seminaren so ist, man muss Dinge tun, die einen wirklich herausfordern. Und ich, ich musste eine französische Theater-Diva spielen. Das hat mir so viel Spass gemacht, dass ich sogar zur Erinnerung den kleinen Finger rot liess. Wirklich verrückt, he? Auf jeden Fall können Sie sich vorstellen, dass ich keine Zeit hatte, mein Video zu drehen. Und deshalb habe ich meinen Video-Editor gefragt. Er soll das mal tun. Und was herausgekommen war so gut, dass ich davon das Doppelte an Aktien gekauft habe. Überzeugen Sie sich selbst. Mein Name ist Milos und ich bin ein Multimedia-Designer von Belgrade, taking over die Obermacht-Stock-Investing today. Es ist ein kleines Problem, though. Ich weiß nicht, dass ich nichts über die Stocks, außer das, was ich von Hermanns Videos gelernt habe. Ich weiß auch eine Sache. Wenn du die Obermacht-Methode benutzt, kann nichts falsch gehen. Und deswegen bin ich bereit, es zu geben. Heute schauen wir uns auf die Euro-Stocks-50-Tock-10-Kombined-Liste. Hermann hat bereits bereits ein paar Unternehmen aus dem Liste. So wir werden uns vergessen. Es gibt eine Unternehmen, die mir sehr interessant ist. Und das ist Nummer 2, Philips. Ich habe die Ranks in den News von Philips gesehen, und sie all sind gut. Aber ich habe noch eine andere Art von Sicherheit. Ich wollte wissen, was Philips Produkts users denken über sie. Das ist deshalb, ich wollte heute ein Poll machen. Ich wollte mich auf die Leute, die Produkte kaufen, to tell me their opinion but the weather is very bad that's why I'm gonna do something different as I have more than 5000 followers on Instagram I'm gonna ask them I made this picture asking them what they thought about Philips and here are their responses as you can see most of them are positive with a few negative ones but they're in minority I've also received one response from a guy who works at Philips saying that work atmosphere there is excellent that's another important thing I now believe that Philips is a very good company and my decision for Herman this week is to invest in Philips